Ja, hallo meine lieben Roller und Tuning-Freunde. Willkommen bei mir in der Werkstatt, hier aus dem schönen Solingen beim Schrauberkönig. Worum geht es heute? Ganz großes Thema. Und zwar der Titel heißt, mehr Endgeschwindigkeit beim Roller. Das könnt ihr teilweise fast auf jeden Roller münzen, der einen Vario-Antrieb hat. Und das Ganze für 0 Euro, das ist eine Arbeitszeit von 15 Minuten. Gut, ihr müsst den Vario-Deckel abschrauben, die Vario abschrauben. Aber alleine, sag ich mal, die Modifikation, die ich hier gemacht habe, das hat vielleicht gedauert 5 Minuten, Freunde. 5 Minuten. Ja, dann gebe ich euch 10 Minuten für die Vario, den Vario-Deckel abzunehmen, die Vario abzuschrauben und das Ganze wieder zu montieren. Ist sportlich, schafft ihr nicht. Gut, aber jetzt werden wir loslegen. Und ich will hoffen, ihr habt Spaß dabei. Ja, ich setze jetzt voraus, dass diese Sachen nicht auf der Straße gefahren werden. Ich bin da raus. Ich übernehme keine Verantwortung, Personenschäden, die passieren können, wenn ihr von der Polizei angehalten werdet. Nicht, dass ihr sagt, der Solinger hat euch gesagt, ihr müsst das so machen. Nein, dass ihr verliert die Betriebserlaubnis von eurem Roller. Alleine schon, weil er schneller läuft. Was er ja gar nicht darf. So. Aber ich kenne euch Jungspunde, ja, ne. Sage ich jetzt mal, viele von euch, ne. Ich war früher auch jung, glaubt mir. Und ich war der Schnellste im Dorf. Könnt ihr mir auch glauben. Ich bin ruhiger geworden, Jungs. Viel, viel ruhiger. Ja, ne. So. Ich hänge euch mal aufs Stativ und dann legen wir sofort los, ja. So. Jetzt muss ich natürlich sehen, dass ich wirklich alles draufkriege. Ja, schon sehr groß. Hier mal noch ein Biegen. Nee. Andersrum. So. Ja, meine lieben Freunde. Jetzt geht's los. Es dauert ja mal ein bisschen, weil ich das improvisiert hab. Ich kann's nicht ändern. Ich muss auch sparen. So. Ja. Wie. Ist es dunkler geworden? Naja. Ja, worum es heute geht. Und zwar um den, um die Variomatik. Ja. So. Ähm. Das ist ein schönes Thema und aus der Variomatik kann man auch viel machen. Man kann sich eine Sport-Vario kaufen, ne. Die hält nur nicht so lang, ja. Also, ähm. Ja, was soll ich dazu sagen. Ist halt nicht so toll gefertigt wie eine Originale. Also wenn ihr könnt, greift bitte immer auf Originalteile zurück, ja. Ja. In einem Piaggio-Roller oder auch in einem Piaggio-Roller oder auch in anderen Rollern zu finden ist. Dazu habe ich den Keilriemen einmal umgedreht, ja. Ja. Ich möchte jetzt gucken, wie tief greift der Keilriemen in die, also in dieses Konstrukt jetzt hier ein, ja. Und wenn ihr mal schaut, ja, das kann man jetzt, ja. Wie weit der Riemen von der Außenkante der Variomatik zurücksteht, ist schon heftig, ja. Ja, also das ist, ähm, ja. Ich sag mal, da sind ja auch teilweise die Drosselringe drin jetzt. Das ist alles nur symbolisch. Das wird am Roller ein bisschen anders aussehen, ne. Da kommt ja der Kurbelwellenstumpf raus und so. Ich muss das nur verbinden, um euch zu zeigen, wie das auszusehen hat. So, ja. Aber was wollen wir? Wir wollen ja, dass der Riemen weiter außen trägt, ja. Oder teilweise drüber fährt, noch ein bisschen über die Variomatik. Weil, das verschaltet sich ja so. Der Riemen steigt beim Fahren vorne hoch und geht hinten im Wandler, auf der Wandlerscheibe runter. Ja, beim Anfahren ist es, also da ist der Riemen unten. Ne, sonst hätte der ja auch, also in der Variomatik, sonst hätte der ja auch keine Leistung. Ja, beim Anfahren. So, ich nehme das jetzt mal auseinander, um euch das zu zeigen, ja. Ach, so gut festgezogen. Wie gesagt, das sind alte Teile. Ich habe so viele Piacho-Teile, ich kann den Handel mit aufmachen. So. Na, auch die Scheibe hier ist original Piacho, seht ihr. Na, die habe ich eben mal ein bisschen entrostet. Das war auch ein Teil, was draußen gelegen hat. Kann man immer noch benutzen. Also, das ist eine Stahlscheibe. Die geht eigentlich nie kaputt. Es sei denn, die wird nicht fest genug angezogen. So, dann schmeiße ich mal den Drosselring raus. Ja, das ist jetzt auch symbolisch. So, was haben wir jetzt? Was habe ich gemacht? Ja, ich montiere das jetzt ohne die Sachen. Dann, ich habe hier an der Variomatik gefeilt, wie man das sehen kann, ja. So. Ich messe das nochmal nach. Ich habe selber nicht geguckt, wie viel ich runtergenommen habe, dummerweise. Äh, ein Millimeter. Ich habe hier ein Millimeter abgefeilt, an dieser Stelle hier, ja. Das hat zur Folge, dass die Variomatik, die fährt ja auf der Variomatik-Hülse hin und her, der äußeren Riebenscheibe richtig nah kommen kann, ja. Je näher die kommt, desto mehr presst sich der Riemen natürlich nach oben, ja. Und das wollen wir ja. Ja, das wollen wir. Das bringt Endgeschwindigkeit. So, ich montiere das kurz wieder zusammen, um euch das zu demonstrieren. Ähm, ihr könnt auch größere Vario-Gewichte fahren. Ein Millimeter größer im Durchmesser. Das funktioniert auch. Kann sein, dass ihr ein bisschen Anzug einbüßt, aber das ist teilweise so minimal, das merkt ihr fast gar nicht. Wenn ihr einen leistungsstarken Motor habt, ja, also, ne, so. Und dann schauen wir doch jetzt mal. Ja, der Riemen hat jetzt keine Spannung. Der wird sich da noch ein bisschen reindrücken. Na, das kann man aber auch wirklich schlecht darstellen. Ja? So. Der fährt so zwei, drei Millimeter über die Vario drüber. Bei Piaggio dürft ihr nicht mehr nehmen. Sonst ist folgendes Problem. Dann kommt der Riemen unten auf den Anlasser. Und dann reißt euch der Riemen weg. Ja? Ähm. Das ist ein heikles Thema. Wie gesagt, äh, eigentlich nicht für die Straße. Aber ich kenne ja die jungen Burschen, ne. Ich will euch jetzt nicht ermuntern. Ich will das nur mal zeigen. Und, äh, ich hab noch auf die Vario-Matic hier Striche gemacht. Ja? So. Wenn ihr da mal schaut, wo die rot gestrichelte Linie ist. Außen, so wie innen. Ja? Da hat der Riemen immer getragen. Und so in diesem Bereich ist der auch nur gefahren. Von hier bis hier. Der hat, der ist gar nicht bis oben hingekommen. Das könnt ihr hier sehen. Hier glänzt alles. Und hier ist alles matt. Ja? Das sind fünf Millimeter, sechs Millimeter. Das macht im Durchmesser richtig was aus. Und das bringt richtig was an Endgeschwindigkeit. Ja? Ähm. Hier haben wir eine Vario-Matic von einem Piaccio Svera RST 125. Ich fahr denselben. Ich war, muss aber ganz ehrlich sein, ich war da an der Vario-Matic nicht dran. Da geht bestimmt auch noch was. Ja? Wenn man mal sieht, der Riemen, die gestrichelte Linie. Ja? Hier fängt er an zu fahren, in dem Bereich bis hier hin. Hier ist noch alles schwarz und dreckig. Wenn ich das ausnutze, plus zwei Millimeter, dass der Riemen drüber fährt, äh, das bringt Endgeschwindigkeit, ich schätze mal, mindestens zehn Stundenkilometer. Wenn der Motor es schafft, die Kraft hat, das am Ende auch durchzuziehen. Ja? Weil es wird ja auch immer schwerer für den Motor, je länger ich übersetze. So. Ja. Äh, und von dem 125er, die Vario, die ist rund zehn Millimeter im Durchmesser größer. Ja? Ja? Die kann man auch verbauen. Wenn ihr ein bisschen, äh, handwerkliches Geschick habt, paar Modifikationen macht, passt die auf den 50er drauf. Da bin ich fest und überzeugt. Wichtig ist, der Anlasser muss raus. Der muss dann raus. Da müsst ihr beim Kicker arbeiten. Und, da gibt es auch einen minimalen Berührungspunkt mit den Schläuchen von der Ölpumpe. Ja? Ich meine, der einer, der einen richtigen heißen Zylinder fährt, der, äh, baut die Ölpumpe sowieso aus und fährt mit, äh, fertig gemischten Benzin, ja? So. Sonst, äh, kriegt ihr hier ein Problem, weil die sitzt ja hier irgendwo, ja? Ja, das wollte ich euch nur nochmal zeigen. Also, das ist Tuning für null Euro. Ja? Arbeitszeit, also das Pfeilen habe ich drei Minuten gebraucht. Drei, fünf Minuten. Hab mir auf die Uhr geguckt. Ihr müsst nur sehen, wenn ihr feilt, das könnt ihr aber auch schon sehen, dass ihr ziemlich parallel feilt, ja? Fangt nicht an hier, äh, ich sag jetzt mal hier, ähm, schief zu feilen, ja? Ihr müsst schon, äh, relativ versuchen gerade zu feilen. Schleift sich näher sowieso ein bisschen ab. Das ist Alu, das ist, ja? Aber nicht, dass ihr dann so extrem schief schleift. Ja, das wollte ich euch rüberbringen. Bin mal gespannt, ob ihr das verstanden habt. Und, ähm, achso, äh, wenn ihr das natürlich macht, kann auch sein, wenn ihr das alles, ähm, so herstellt, wie ich das gesagt habe, dass ihr einen längeren Keilriemen nehmen müsst. Ja? Ist klar, der kann jetzt vorne weiter hochfahren, ja? Aber wenn er dann hinten begrenzt wird und der Riemen ist zu kurz, bleibt er trotzdem hier stehen an der Kante. Ja, das müsst ihr ausprobieren. Das dauert natürlich mal wieder ein bisschen Abstimmzeit. Viele sagen, ja, das ist mir viel zu viel Arbeit, ich kaufe mir ein komplettes Set. Ja, gut, kann ich auch nichts machen, ne? Aber wenn einer kein Geld hat und er möchte was schneller fahren, also, es ist nicht zwingend notwendig, vielleicht einen längeren, ähm, Keilriemen. Ich weiß nicht, wie viel Plus da noch drin ist. Das kann ich von, von hier aus nicht sehen bei euren Rollern, ja? Jo, ein bisschen trocken, aber ich denke mal, das wird euch helfen, ne? Viel Spaß und wie gesagt, für nix, für auf der Straße. Ich übernehme keine Garantie, keine Verantwortung, kein gar nix. Tschüss zusammen, tschüss.